Und heute der nächste Tag in Ungarn, ein bisschen laut hier, sehr windig, wir haben hier einen großen Wellengang, oh hier irgendwie die Jagdsteine und ja, was ist relativ warm, ich hoffe man versteht mich, trotz der Gründe. Ja, ist eigentlich ganz cool hier, nur sehr windig und ich glaube im Wasser ist es wärmer als draußen gerade, wenn man dann im Wasser einfach rausgeht, ja, dann könnte der Wind und die Temperatur hier draußen einen zum Erfrieren drücken, aber wir probieren es dann einfach aus. Musik 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 Musik